Ach. Ja, warum? Warum so einen langen Aufzug? Vielleicht Apple? Apple! Ich habe Apple gesagt, aber es hat nicht reagiert, dass Lados, dass Liebe. Okay, gut. Ich werde dich wieder in ein paar Jahren fragen. Dann ist mir bestimmt was eingefallen in den nächsten Mikaden. Äh, lustig, aber komplett unnütz. Ich habe gerade gedacht, what the hell, aber... Naja, schick. Also eine lustige Idee auf jeden Fall, dass sich hier ein bisschen mehr bewegt als im normalen Portal. Ui. Ui. Also der Raum ist mir eigentlich zu groß. Viel zu groß. Ich hätte jetzt gerne einen Flashlight. Ich habe gesagt, ich bin schlecht im Rätsel lösen. Ich klicke mal hier drauf. Habe ich jetzt gerade gemacht. Ach, schau an! Ein Energy Ball. Die gibt's im Original Portal nicht. Also im Original Portal 2 nicht mehr. Die hab nur ich. Uhahaha. Schön, dass die eingebaut worden sind. Denn die wurden ja rausgenommen, sag ich jetzt mal. Ja. Aber... Ich sag jetzt extra, die wurden mal rausgenommen. Weil, ähm... Die gehören eigentlich nicht mehr in Portal 2 rein. Die wurden da extra entfernt. Und stattdessen durch Laser ersetzt. Aber dadurch, dass ich ja... Das habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt. Ich baue ja Portal 1 und Portal 2 nach. Und da verwende ich die natürlich auch. Weil ich verwende keine Laser, wenn es Rätsel sind, die nicht für Laser geeignet sind. Hallo ihr Touretten da unten. Ich will wissen, was diese Riesenplatte hier zu tun hat. Und was diese... Es ist alles so groß hier. Ich geh jetzt da hoch. Ach, ich komm ja gar nicht dahin. Kann ich noch irgendwas machen? Ist der jetzt hier wieder ausgelöst? Sehe ich das richtig? Oder warte mal. Der ist nicht ausgelöst. Der ist jetzt mit einer Glasscheibe davor, wenn ich das richtig sehe. Oder? Aha. Ja. Wow. Wow. Der Effekt. Respekt. Nicht schlecht. So, also ist die jetzt hier sicher, die Brücke? Ich drück' mal... Ich drück' mal F5. Ne F6. Zum Speichern. Äh... Oh. Da kann man ja rein. Aber das bringt mir noch gar nichts. Kann ich hier inzwischen an das Ding hier ran? Aber ich kann da sogar ran. Hä, 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 hä. Spiel hier. Zeig' mir doch an, wo ich meine Gehle hin platzieren soll. Meine eigenen Gehle. Ich hab' meine eigenen Gehle in dem Spiel. Ups, nein. Nicht das Orangen. Da soll das andere hin. Nö. Nö. Ich, äh, speicher jetzt trotzdem noch. Ich will mal was ganz kurz dieser Button hier machen. Der bringt das da. Ich, äh, save mal kurz, weil ich weiß, dass da hinten Turrets sind. Die werden mich wahrscheinlich umbringen. Aber... Es sind nicht die Turrets, die mich gekillt haben. Immerhin. Viel schlimmer, ähm. Ist nie los. Äh... Ich lad mal neu. Es kann sein, dass der jetzt nicht aus meinen Dateien geladen hat, sondern aus den Dateien, ähm... Der Original-Map. F9 lädt man da, oder? Oder? Ähm... Load last save. Yes. Weil... Das ist komplett unbeleuchtet gewesen eben. Ist immer noch unbeleuchtet. Licht-Trigger, hallo. Hier, der Partikel-Effekt hier außen rum. Äh, das ist jetzt so blöd, wenn es so dunkel ist. Ähm... Wie dem auch sei... Drei... Ah! Ah! Nein! Ich sag mal, wie dem auch sei, und fall rückwärts in das Nicht. Aber mir fällt gerade auf, ich kann ja da hinten hingehen. Indem ich hier lang gehe. Ah, nee. Aha, das geht da drüber, okay. Wie sieht es mit Faith-Plates aus? Da hinten ist eine. Aber sonst sehe ich keine. Gibt es noch irgendwelche lustigen Buttons? Was macht eigentlich... Geht der lang darüber und dann bis dahin. Okay, der macht also nur das da. Was machst du, Kollege? Kann ich damit... Gel? Reinjagen? Ach, schön. Ah, die Turrets. Also gut, der eine da hinten, der scheint noch zu leben. Ahaha. Jetzt sind sie alle... Jetzt sind sie alle kaputt. Alle kaputt. Aber ich komme trotzdem nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich brauche einen Würfel. Kann ich denn von hier rüben? Bist du zu der Röhre springen? Ich wollte gar nicht da hin. Das ist traurig. Traurig, aber lustig. Komm. Ein bisschen mehr Gel noch. Das muss doch jetzt reichen. Ach, jetzt sind die wieder da. Also ja, es reicht, aber... Da ist auch der... Das ist auch der Würfel. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Das ist so dunkel hier alles. Also die Beleuchtung funktioniert anscheinend nur ein einziges Mal. Egal. Egal. Gut zu wissen. Dann hommern wir nämlich jetzt mal hier ein bisschen blaues Gel in das Teil wieder. Und fahren böse noch hinten durch. Und dann werden die Turrets ihr blaues Wunder erleben. Muhahaha. Ich muss ehrlich gesagt sagen, so oft nutze ich die Zoom-Funktion im ganzen Spiel nicht. Aha, alle erwischt. So, und jetzt... Äh... Das... Hier ein bisschen. Muss doch was da sein. Gut, äh... Ich krieg's safe jetzt mal. Alter. Boah. Das ist ätzend. Äh... Was mit dir, die Kerle? Kannst du hier... Tatsächlich. Schick. So. Dann hat das schon mal funktioniert. Ahaha. Projected Texture und so. Und, äh... Dann spring ich doch gleich mal rein, ne? Weil wenn schon, denn schon. Nein, nein. Ich will... Nein. Macht nix. Ich weiß ja jetzt die Lösung. Aber es ist echt abwackt, dass es da drin so dunkel ist. Hab ich den jetzt... Ups, hab ich den jetzt hier oben? Ne, die sind auch da unten. Okay. Gut zu wissen. Ich hab kein... Kein Flashlight. Das ist nervig. Ich hätte gerne ein Flashlight. Hallo. Sonst mach ich mir gleich einfach eins. Ich weiß ja, wie das geht. Wenn mir das Spiel keins macht, dann mach ich mir halt eins. Ich quicksale jetzt aber hier nochmal. Denn ich will da rein. Pflanzen. Ich will da rein. Ja. Bewegbare Stühle. Der das labert. Okay. Also die Tür bringt es mir nicht. Kann doch sein, dass ich bereits schon irgendein kleines Teil verpasst habe. In dem Spiel. Das kommt vor. Also nicht in dem Spiel, aber in der Map. Hier ist der Ausgang. Ich will gerne noch da hinten kommen. Super. Jetzt bin ich hier mit diesem Gitter. Na super. Ich komm hier nie wieder raus. Oder doch vielleicht... Vielleicht dadurch. Das ist doch ein Loch, Mann. Vielleicht da. Da hinten. Hey. Ich will hier raus. Ich komm hier nicht mehr... Ah. Ah. Noch ein Stuhl. Kann man die Tür nicht verwenden? Noch ein Stuhl. Also jetzt sind wir der gleiche. Okay. So, dass es mir tut, aber... Ich will jetzt mal wissen, ob das hier noch geht. Ne, ne. Create nur. Create flashlight. Geht das? Tatsächlich. Das sind drei Stühle. Schau mal eine an. Das ist kein Cheating. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich bin. Ich cheate aus Prinzip nicht in Spielen. Aus Prinzip nicht. Schön, das hat man gerade in der Konsole mal eine interne IP gelesen. Auch eine lustige Sache. Also die spinnen da unten jetzt immer noch rum. Ich drück da jetzt nicht nochmal drauf. Ich hab da Angst vor... Dadurch, dass hier alles so dunkel ist, habe ich gar keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Alter. Das frage ich mich auch gerade. Hä? Das ist einfach nur dunkel. Was ist passiert? Was mir das Feuer keinen Schaden gemacht hat, fand ich jetzt gerade mal schon lustig. Ich fahr jetzt wieder runter. Tschüss. In der Hoffnung, dass unten... ...was auf mich wartet. Ah, da war der Companicube. So. Ja. Jetzt geht das hier auch. Hier kann man wieder nix hochheben. Lass mich raten, Turrets. Guck, guck. Was ist denn hier los? Alles kaputt. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ah. Kenn ich. Da brennt's. Da war ich gerade. Hallo, Cave. Cave Johnson. We're done here. Okay. Ähm... Eine Uhr. Das ist mir einfach ein bisschen zu laut. Ein bisschen leiser. Äh... Das da oben ist nur Dekoration. Du gehst wahrscheinlich nicht auf. Nein. Cave Johnson. Ähm... Soll ich jetzt hier ein Video gucken, oder was? Also, das muss ich schon sagen, es ist mir persönlich zu dunkel in den Maps hier. Also, das ist, äh... Props an das Design, aber das... Insgesamt ist es mir dann doch ein Ticken zu dunkel. Was passiert jetzt? Äh... Ähm... Wenn ich mich richtig erinnere... Hat mich sogar mal irgendwer... Boah, was ist das? Das ist so laut hier. Wenn ich mich richtig erinnere, hat mich mal irgendjemand gefragt, wie... Wie das gemacht worden ist, dass die Teile sich bewegen. Und ich hab gesagt, mit der Animation. Was ja leider auch stimmt. Ähm... Und... Ähm... Ja. Man sieht, äh... Dass das hier die korrekte Umsetzung ist. Entweder ist es die Umsetzung ohne Animation, oder ist es sogar eine... Ist es sogar eine Physik-Involution? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Wie komm ich denn da runter? Ach, hier. Warum so grün? Nein! Ja, man merkt, ich bin Physik-Simulierten in dem Teil hier. Das merke ich. Entweder bin ich Physik-Simuliert, oder... Ich bin parentiert. Aber ist ja auch egal. Warum... Warum mache ich sowas überhaupt? Geile Fahrt. Also die Map ist riesig. Wurde einfach nur sehr trickreich gebaut. Genau. Not to be continued. Warum denn nicht? Das war ziemlich lustig. Also... Ne, war cool. Ich hätte es am Ende noch ausgefedert. Aber, aber, aber... Das soll natürlich kein, äh... Kritikpunkt sein. Kein negativer. Ähm... Respekt. Also die ist cool. Die ist echt cool. Das Design ist ein bisschen... Neu. Also nicht 100% Portal 2. Zumindest nicht zu Beginn. Und auch nicht am Ende. Aber die Background, also die Behind-the-Scenes, sind schon ziemlich präzise. Äh, ich finde das cool, dass du unten das von der, der, der Scheibe da, der, der CD eingebaut hast. Was man aus dem Koop kennt. Also hab ich gespoilert. Böööö. Kennt man aus dem Koop das Rätsel. Äh, ne, echt Respekt. Ich werde jetzt hier keine Note oder sowas begeben. Äh, begeben vor allem. Ich werde jetzt auch keine Note vergeben. Aber, äh, ja. Also ich bin zufrieden mit der Map. Die gefällt mir. Ich werde sie mir auf jeden Fall decompilen und anschauen. Darauf kannst du auf jeden Fall Gift nehmen. Man kann mir keine BSP schicken, die ich mir nicht decompile. Aber, ähm... Ne, also so auf den ersten Blick. Ist echt gut geworden. Also, hast du toll gemacht. Bin stolz auf dich. Äh, mach weiter so. Ich hoffe, du hast noch einen Weg vor dir als Level-Designer. Privat oder, keine Ahnung, wenn's auch in der Branche geht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall echt gut geworden. Gutes Scripting. Ähm, zwei, drei kleine Sachen sind natürlich verbesserungswürdig. Also ich hatte vorher keinen Schaden gemacht beispielsweise. Oder diese Dunkelheit in der einen Kammer. Aber sonst, also auch die Easter Eggs, Compendicube und sowas. Gut verpackt. Ich bin zufrieden. Also hat mich sehr überrascht. Ich hab sogar beim ersten Mal, als ich da runtergefallen bin. In dieser einen Kammer. Bei dem, bei dem Dings hab ich ja nix gesagt. Da war ich einfach ersch... Hab ich mich einfach so erschreckt, weil ich immer runtergefallen bin. Hab ich total überfordert. Deswegen hab ich mir hochguckt. Oh Gott, da war ich tot. Naja gut. Passiert. Ne, ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich gefailt habe. Und, äh... Ja, wenn ihr Maps habt, die ihr getestet haben wollt. Mit Video. Gerne. Immer. Ähm... Ich hab's auf jeden Fall genossen. Das ist so... Er wird's verstehen. Der Mapmaker. Ähm... Und, äh... Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald dann. Irgendwann. Vielen Dank.